Hallo ihr lustigen Fallout 4 Fans da draußen und herzlich willkommen hier immer noch zurück in Nuka World. Wir sind in Kitty Kingdom und haben hier gerade eben Rachel Watkins Terminal mehr oder weniger entsperren lassen. Und wir erleben hier gerade eben so ein bisschen, ja wie aus ihrer Sicht damals, dass alles passiert ist mit dem Atombombenabwurf. Die Plage. Da war es glaube ich schon längst passiert, die Strahlung war schon längst da. Meine gute Freundin Fran ist der Plage vor ein paar Tagen erlegen und ich bin am Boden zerstört. Dean und Oswald haben sie in einem Haus vernagelt. Okay, bevor sie jemand angreifen konnte. Ah, so ist sie erlegen. Sie wurde also zum Kudel. Was ich wohl nicht ertragen hätte. Oswald ist die Nacht über hier geblieben und hat mich einfach in den Armen gehalten, während ich geweint habe. Ich wollte mich bei ihm für meinen Zusammenbruch entschuldigen, obwohl ich doch stark sein musste. Aber ich kannte Fran seit der Grundschule und konnte einfach nicht mehr. Ich hasse diesen Ort. Echte Magie. Diese Woche wurden wir bei einem Großangriff bis zum Burgtor getrieben. Gerade als wir uns ins Theater zurückziehen wollten, krochen einige Geplagte, also so nennt sie die also, aus ihren Häusern und halfen uns. Und halfen uns. Okay, ich blieb, äh, ich blieb wie angewurzelt stehen, als ich sah, wie Dean während des Rückzurs der Angreifer von einer der verirrten Kugeln getroffen wurde und scheinbar tot war. Aber Oswald hat irgendwas gemacht. Aus seinem Körper kam ein Leuchten, das sich wie eine Welle ausbreitete. Plötzlich begann Dean wieder zu atmen. Nach dem Angriff sahen wir alle Oswald an, der etwas davon stammelte, echte Magie benutzt zu haben. Die meisten von uns wussten nicht, was sie davon zu halten haben. Und ich, mir ist es vielleicht, äh, verdammt egal, wie man das nennt. Aber vielleicht könnten wir damit die Plage heilen. Auf jeden Fall gab es, äh, von mir einen dicken Kuss dafür, dass er Dean gerettet hat. Echte Magie? Seit wann gibt's in dieser Welt, äh, äh, paranormale Kräfte? Das wär mir neu. Auf der Suche nach einem Heilmittel. Wir haben alles nur erdenkliche versucht. Jede Option ausgeschöpft. Nicht einmal Oswalds Kräfte können die Plage aufhalten. Es ist nur eine Handvoll von uns übrig und uns läuft die Zeit, Entschuldigung, davon. Ich weiß nicht, was ich, äh, äh, was uns zuerst erledigen wird. Die Raider, die sich in Nukatown niedergelassen haben, oder die Plage. Das war's. Ich hab alles mit Oswald besprochen. Es wird im Kittyking, er wird im Kittyking bleiben, um für die Sicherheit zu sorgen, während ich mich auf die Suche nach einem Heilmittel mache. Es war schrecklich, alle zurückzulassen, besonders Oswald, aber es gibt wirklich keine andere Option. Ich werde in den, äh, ich werde in den Ort Bradburton in der Nähe des Parks gehen und dort anfangen, ein hohes Risiko, das sich hoffentlich auszahlen wird. Okay, also sie ist nicht mehr hier, aber dieser Oswald, der wird wahrscheinlich noch hier sein. Moment. Da gibt's natürlich noch mehr. Besetzung von Kings Cola Skirt. Ah, das ist also die Besetzung gewesen. King Cola, da ist Leo Mendoza drin, Queen Quantum Janelle Cook, in Nuka Knight, Evan Barnes, Dean Becker bei Nuka Dark Knight, Quartz Jester ist ein... Okay, da sehen wir einfach die Namen. Ich bin mal gespannt, ob wir den, äh, äh, auf... Irgendwo aufschauen werden, um die Zaubershow. Hauptdarsteller Oswald. Assistent 1, Dean Becker. Assistent 2, Rachel Watkins. Cola Clowns. Sehen wir da gerade eben etwa wirklich den Beginn einer dieser Banden? Den Eindruck könnte man gewinnen, ne? Als ob eine dieser Banden hier so entstanden wäre. Ganz, ganz... Spontan. Und nicht mal aus krimineller Absicht heraus. Sondern weil man einfach keine Wahl hatte. Und hier geht's ja wieder raus nach Nuka World. Wobei, ich kann hier noch nach oben gehen. Das hätte ich fast übersehen. Was ist denn das für ein rotes Teil da drüben? Das sieht schon schräg aus, so ein bisschen. Sauberes Jeanskleid. Nett. Aber ansonsten war ja nicht viel. Ach, Nick. Ich steh halt im Weg rum. Ich könnte hier noch kurz was kochen. Kann ich nicht, okay. So. Ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach wieder raus. Und wir schleichen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich jetzt hier rauskomme. Tüdelü. Tüdelü. So, also an der Stelle sei nochmal der Aufruf gestartet. Ihr müsst mir sagen, ob das jetzt vom Sound her mit den Stimmen her besser bei euch ankommt. Wenn nicht, kann ich immer noch ein paar Änderungen vornehmen. Allerdings nicht allzu viele. Ein bisschen lauter kann ich alles noch stellen, indem ich alles andere leiser stelle und die Hauptlautstärke nochmal ein bisschen hochsetze. Das müsst ihr mir dann aber schreiben, ne. Ich nehme jetzt hier nicht so viele Folgen auf. Wahrscheinlich waren es jetzt diese hier. Hast du dich verlaufen? Schämmerlich. Zwei oder drei sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gerade eben hier meine Lebenspunkte nicht sehe. Kuriose Bugs sind manchmal in diesem Spiel drin seitdem... Ich habe es ja nicht mal gemoddet, sondern es ist ja einfach bloß... ...die Add-Ond oder sowas in der Art. Ne, ja doch, Add-Onds halt, DLCs und so ein Quatsch. Kings Cola Skirt. Dann... Du bist endlich da! Schnell! Die Aufführung fängt gleich an! Was ist denn eine Aufführung, verdammte Axt? Jetzt ist nicht die Zeit, dich in die Hose zu machen! Eine Aufführung steht an! Los, auf die Bühne mit dir! Was will denn der Typ von mir? Mir offen sie... Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Das könnte eine Weile dauern. Ich finde hier gerade ein bisschen Daytripper. Und Geld. Ich weiß gar nicht, was dem Typen einfällt, mich hier so rumzukommandieren. Ich bin doch angeblich der Boss. Äh, Lebenspunkte sind voll. Zu meiner persönlichen Überraschung. Ich glaube, ich speichere mal lieber. Könnte uncool werden. Was ist das? Okay, das scheint wirklich jetzt hier... Das scheint jetzt hier der Aufführungsraum zu sein. Und hier ist ein finsterer Ort. Und nun... Die Show, auf die alle gewartet haben! Oswald, der Ungeheuerliche! Was? Hä? Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Tricks und Illusionen weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Hä? Als die Bomben fielen, hat sich alles verändert. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Ähm... Was du auch tust. Ich kann meine Freunde heilen. Und wir werden beschützen, was uns gehört. Wow! Was will denn der von mir? So ein Drecksack. Ich bin doch gar nicht hier, um euch zu hauen. Ich wollte euch nur kennenlernen und fragen, wie es so geht. Okay, dann... Habt ihr euch gerade eben einen mächtigen und sauren Feind gemacht. Ähm... Psycho haue ich mir auch noch rein. Äh... Overdrive wäre vielleicht auch jetzt gerade eben mal angebracht. Dann... Hauen wir uns mal einen Todeskrallensteak rein. Wim Quarz nehme ich jetzt auch mal ganz, ganz kurz. Kann ich auch ein bisschen mehr tragen. Äh... Und dann haue ich mir noch was rein, was ordentlich... Ne... Nuka-Kollas für uns die ganze Zeit heilt. So, und jetzt... Ich glaube, der wird gar kein Problem werden. Bäm! So, heilst du deine Freunde jetzt immer noch. Er lebt noch. Hat sich weggebeamt. Wo ist der Typ jetzt hin? Was durchsuche das Theater, ist jetzt mein Plan. Okay. Der Show must go on. I did understand. Ach, wenn ich den Typen jetzt noch weniger mag als vorher. Ein Teddybär, der eine Zeitung liest. Wie süß. Ich glaube, dem werde ich jetzt noch ein, zweimal begegnen. Ach, wie geil. Moment, ich möchte... Willst du dir eine Sammlung aufbauen, oder was? Ich will doch diesen ganzen Scheiß nicht. Ich will doch nur das coole Zeug haben. Aufgepasst. Mal sehen, was... Du übernimmst jetzt erstmal hier quasi diesen ganzen Scheiß, den ich nicht brauche. Jetzt erstmal Durstlöscher. Mh. Die Melone. Da-da. Da-da-da-da. Den Helm behalte ich nochmal selber. Da, komm. Auf dein Wohl trink ein Bier. Was ich tun kann. Was sind denn das hier für Dinger hier? Spiegel. You got net. Berry Rezept. Cool. Das ist bestimmt cool. Toll, ein Kaugummi. Da war noch nie was Nützliches drin. Muss man einfach mal so hart sagen, ne? So. Der Typ kann also zaubern. Ja, wirklich zaubern würde ich das mal nicht nennen. Warum ist der so aggro? Ein überfälliges Buch. Ich hätte ja erstmal gern mit ihm geschnackt, aber... Der muss ja gleich zu lang. Der Typ. Ja, ist halt ein Ghoul, ne? Also, es ist kein wilder Ghoul, aber es ist ein Ghoul. Und jetzt verstehe ich auch, warum diese komischen Geplagten ihnen geholfen haben. Ach du Scheiße. 800 davon hinzugefügt. Weil da schon klar war, dass die alle selber zu Ghoulen geworden waren. Auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so aussahen. Oder noch nicht alle so aussahen. So, ich soll da jetzt weitergehen. Da ist nochmal eine Nuka Cola. Da ist keine drin. Da gucke ich mich auch noch liebend gerne um. Blähfliegenfleisch. Ne, das brauche ich nicht. Parkkarte Prospekt. Ah. Ne, das nehme ich nicht an mich. Aber es war schön, es angeguckt zu haben. Ich finde es ja knaller, dass hier überall immer dieses Buff-Out rumliegt. Wir verkaufen auch Drogen im Park. Das gehört zu unserem Geschäftsmodell. Ah, da geht es jetzt hier wieder raus. Okay. Ist wahrscheinlich dann der Hauptausgang. Nehme ich mal an. Tüdelü. Ja, ja, wie Ladebildschirm halt, ne. Wir kennen das Elend, ja. Wo gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Ich bin nur da hingegangen, wo ich hin sollte. Das Spiel sagt, ich soll da hin. Ich bin völlig unschuldig. Naja, so unschuldig wie man halt sein kann. Was muss ich da wieder hoch? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wo will das Spiel überhaupt, dass ich jetzt hingehe? Da, warte mal. Warte mal, finde die versteckten Korkis im Kiddy Kingdom. Dafür muss ich allerdings wieder da rein. Finde die versteckten Korkis in der Abfüllanlage. Also es muss da drin, warte mal. Da muss noch ein versteckter Korki sein. In Kings Cola Kurt. Ist das die Abfüllanlage? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Nee, das ist nicht die... Das hier wird kein versteckter Korki sein. Ich muss die Wände nochmal näher angucken. Was ist das jetzt hier? Auch New Car World. Ich gehe nochmal die Wände ab, weil ich bin gerade eben nicht ganz sicher, wo ich eigentlich wirklich hin soll. Das ist das komische Theater hier. Macht im wahrsten Sinne des Wortes Theater. Ich glaube, ich bin ja drin auch falsch. Ich interpretiere da glaube ich gerade eben die Anweisungen ein bisschen falsch. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Wisst ihr, der Hammer wäre, wenn jetzt hier so ein Teil wäre, ne? Total nett für die Kundschaft. Bin ich da schon mal komplett durchgelaufen, ne? Natürlich. Also ich glaube, ich bin hier falsch. Halten wir das einfach mal fest, dass ich hier falsch bin. Also gehen wir hier mal raus. Es muss irgendwie einen anderen Zugang geben. Also außerhalb, der hier ganz in der Nähe ist. Und dort komme ich dann irgendwie in diese Abfüllanlage. Die wird wahrscheinlich irgendwie direkt hinter uns sein, nehme ich mal an. Eine Sekunde, bitte. So, jetzt sind wir wieder hier. Irgendwo hier muss das doch sein. Äh. Was? Achso, oh Gott. Hab ich das gar nicht gesehen, die Mistviecher. Äh. Oh. Ja klar. Da brennt die Zigarre noch. Auf jeden Fall. Wo gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Ich glaube nicht, dass ich so schnell verhungern werde. Wo ist denn jetzt dieser Korki? Ach, jetzt sehe ich auch wenigstens wieder meine Lebenspunkte. Sag mal, ich sollte angeblich noch reingehen. Aber ich kann... Das Spiel eh. Ich glaube, ich sollte hier einfach... Ne. Auch nicht. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Moment. Hinter mir. Im Kitty Kingdom. Moment. Mein Problem ist eigentlich folgendes. Dass ich erstmal rauskriegen muss, wo ich bin. Das ist das Theater. Aber das Theater ist nicht das, wo ich hin will. Äh. Hoppala. Ich strahle immer noch vor die Formen hin. Und dann gucken wir nochmal auf die Karte. Ich bin jetzt kurz vor der Abfüllanlage. Die muss irgendwo hier sein. Ist das vielleicht das Gebäude hier? You are here. Ja, das habe ich begriffen. Wenn du nicht auf einem grünen Tarschaf bist, sollten wir uns beeilen. Ich beeile mich, sobald ich weiß, was ich hier tue. Ich weiß, was ich tue. Das Problem ist bloß... ...fündig zu werden. Hier waren wir auch schon. Ja, das wirbelt uns bloß hoch in dieses Theater. Ich gehe mal runter und dann links. Vielleicht finde ich da die Abfüllanlage. Oder ich muss wirklich hier durch diesen komischen Tunnel durch. Gunshop. Hoppala. M. Kann gut sein, dass ich da rein muss. Ich behalte mal das hier besser im Auge. Dieser Tunnel scheint ja am Ende dann doch nicht unwichtig zu sein. Aha. Hab's da was gefunden. Angestellten Tunnel. Wir gehen jetzt mal da rein. Bis ich schlauer werde. Also, es ist schon gut verschachtelt. Man... Sollte ich eigentlich nicht das jetzt gerade eben heilen? Ich glaube, ich heile das gerade eben sogar ein bisschen. Ich meinte, ich hätte da mir irgendwie so ein Skill geholt. Also, ich muss vielleicht auch gar keinen Radaway benutzen. Wieso hast du schon wieder dein Kostüm nicht an? Du weißt schon, dass Snooker-Leute feiern, wenn sie aus ihrer Rolle fallen, oder? Ja, natürlich war das nur Spaß. Aber im Ernst. Mit Clown-Make-Up lassen sich Eindringlinge leichter vertreiben. Und da ist ein neuer im Park. Aha. Nein, ich glaube nicht, dass das dieses Mal funktionieren wird. Irgendwas ist bei dem anders. Der verneigt sich vor ihm. Wißt du, das kann ich auch. Und jetzt hör auf zu zappeln. Tut mir leid. Ich weiß, du kannst nicht anders. Wir müssen nur durchhalten, bis sie mit dem Heilmittel zurück ist. Dann vertreiben wir den Raider und bringen die Farbe noch. Wir arbeiten da. Die glauben wirklich daran, dass die noch mit dem Heilmittel zurückkommt. Das finde ich ja mal krass. Das finde ich ja mal krass. Scheiße. Juhu. Ich habe es geschafft, mich voll in die Suppe zu werfen. Das hätte ich auch anders und leichter machen können. Vielleicht kann ich ja jetzt mit ihm reden. Der ist einfach weg. Wie ist der da rausgekommen? Es gibt keinen anderen Weg. Denn da kann der wirklich zaubern. Ich fange an Angst vor ihm zu bekommen. Was ist denn das? Kitty King dem Tunnelschlüssel. Was ist das hier? Pumpen, Station, Steuerung. Ähm. Systemzugang. Sprenkel abschalten. Ja. Please. Das war schön. Da kam auch immer diese Suppe her. Okay. Und jetzt seine... Ah. Fran Fowler ist angemeldet. Der erste Angriff. Die Bomben sind jetzt einige Wochen her und wir wurden zum ersten Mal angegriffen. Es war nicht mal eine große Gruppe und gut bewaffnet war sie auch nicht. Mitten im Kampf blieb mir das Herz stehen, als irgendein Lebensmittelverkäufer von hinten auf Evan losstürmte. Evan ging zu Boden und sein Angreifer hätte ihm mit einer dieser Gummibonbons... äh... Gummibonbondekos wohl den Kopf eingeschlagen, wenn Mitchell ihm nicht in letzter Sekunde das Hirn rausgeblasen hätte. Jetzt ist Evan sauer auf mich, weil ich ihm nicht den Rücken freigehalten habe. Die Scheißwelt geht den Bach runter und mein Freund spielt den Beleidigten. Warum passiert das? Es ist jetzt einige Monate her, seit die Strahlungsstürme begonnen haben. Inzwischen sind 23 Menschen gestorben und allmählich wünschte ich, dass es mich auch schon erwischt hätte. Meine Haut sieht aus wie die einer Pflaume. Jedenfalls an den Stellen, wo ich sie noch nicht verloren habe. Bei ein paar der anderen scheint die Veränderung aufgehört zu haben, aber sie sehen grau und erregend aus. Die Hälfte meiner Haare sind mir ausgefallen und wie ich so die Zeilen hier schreibe, fällt mir das nächste Haarbüschel aus. Ivans Haar ist schon komplett weg und ich kann seinen Anblick kaum ertragen. Wir haben uns heftig gestritten. Und jetzt packt er seine Sachen und zieht hoch in den Urturm. Ich kam mir vor wie ein Monster, weil ich ihn davon gejagt habe. Aber vielleicht ist es wahr. Vielleicht bin ich ein Monster. Vielleicht sind wir alle Monster. So, kontaminiertes Wasser. Mitten in der Nacht hat uns ein Alarm aus den Betten gerissen. Alles deutet darauf hin, dass die Wasseraufnahmepumpen kontaminiert sind. Das Wasser leuchtet fast schon. Der Alarm war wohl eine Art Notfallsystem, das den Park schützen sollte. Wir alle kannten die Gerüchte, dass Nuka World einen Reaktor in der Abfüllanlage betreibt. Gott allein weiß, was in dieses Quantumzeug alles reintun. Ach, was soll's. Es ist jetzt über ein Jahr her. Wenn die Strahlung des Sturms mich noch nicht umgebracht hat, was kann das bisschen mehr schon schaden? Ich geh wieder ins Bett. Und Nutzen für Sprenkler gefunden. Äh, wir wurden heute von einem großen Mob angegriffen. Sie haben es dieses Mal fast bis in die Burg geschafft. Als wir versuchten, die Menge zurückzudrängen, kam mir eine Idee. Wir sind möglicherweise gegen Strahlung immun. Aber diese Leute sind es ganz sicher nicht. Also bin ich in die Tunnel gelaufen und habe die Sprenkleranlagen des Parks eingeschaltet. Nach wenigen Minuten war der Angriff vorbei. Mann, das hätten wir schon vor Jahren machen können. Als Ewan aufhörte, dass die Idee von mir war, knutschte er mich ab, bis ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ich habe keine Ahnung, ob damit jetzt zwischen uns wieder alles in Ordnung ist, aber mir soll's recht sein. Und diese Krankheit wird schlimmer. Immer mehr von uns sind krank. Letzten Monat hat es Herman erwischt. Er wusste, dass es so weit kommt. Und wir alle wussten es, bis Rachel eine Lösung dafür gefunden hat, werden wir wohl alle draufgehen. Wir haben über 100 Jahre lang Strahlungsstürme überlebt, Hunger gelitten, zahllose Angriffe und Gott weiß was noch alles überstanden. Doch wie können wir diese Krankheit bekämpfen? Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur wütend bin oder ob es bereits erste Anzeichen der Krankheit sind. Möge Gott uns beistehen. Okay, spannend. Die haben da offensichtlich noch irgendeine Krankheit ausgegraben. Also noch zusätzlich zu ihrer Hulifizierung. Aber ansonsten kann ich hier nicht viel machen. Hier ist einfach nur ein Bett. H-Klammerbox. Und sonst ist hier, glaube ich, nicht viel. Nur diese Information. Und gut, und ja, die Pumpensteuerung. Das war... ...schon nicht unwichtig, dass ich die ausschalten konnte. Hoppala! Also das hier ist wohl Nuka-Cola-Quantum, meine Freunde. Da kann man sich ja freuen. Was die hier früher verkauft haben. Hoppala! Waa! Toll! Toll! Ich treffe diese... Ich treffe diese Leiter nicht! Jetzt, endlich geschafft. Jetzt kann ich mich ja auch mal umschauen. Ich meine, das war ja noch nicht alles hier, ne? Oder war das schon fast alles? Könnte auch schon fast alles gewesen sein. Es gibt ja noch einen Gang. Ist das hier vielleicht sogar schon die Abfüllanlage? Das sieht eher aus, als ob das hier so eine halbe... ...Auslage wäre. Hm. Wir mal hier einmal. Weiße Flasche. Da ist nochmal ein Computer. Flüchtlingsterminal. Benutzeraufzeichnungen. Es ist wirklich passiert. Der Feind hat uns tatsächlich bombardiert. Zum Glück haben sich alle an den Plan gehalten. Wir konnten nicht alle Parkbesuche überzeugen, aber ein paar von ihnen haben sich mit uns in die Angestellten-Tunnel gerettet. Oswald und Rachel haben dort unten richtig große Vorräte angelegt. Wir haben Lebensmittelkonserven und Saatgut, Wasser aus dem Pumpensystem, Werkzeugholz, eigentlich alles, was man so braucht, bis auf Waffen. Das war Mitchells Aufgabe und wir wissen nicht, ob er es überlebt hat. Wir müssen einfach die Ruhe bewahren und die Sache durchstehen. Dieser verrückte Hund. Seit den Bomben ist etwa eine Woche vergangen und wir alle hatten Mitchell schon abgeschrieben. Dann tauchte er auf einmal mit einem Militärfahrzeug, vollgestoffen mit Waffen, Sprengstoff, Lebensmitteln, Medikamenten, Chemikalien und anderen Dingen wieder auf. Er meinte, er hätte alles gefunden, was wir bräuchten, um uns in Kitty Kingdom zu verschanzen. Er hatte Blutflecken auf dem Hemd. Aber als Oswald ihn darauf ansprach, wiesen wir ihn zurecht, dass er Mitchell in Ruhe lassen solle. Ja, Mitchell ist ein verrückter Hund, keine Frage, aber im Moment habe ich ihn lieber auf unserer Seite. Ich will mich auf keinen Fall mit ihm anlegen. Wir sprengten also die Erwartungstunnel zu den anderen Parkbereichen. Wenn sich die Lage in ein paar Wochen beruhigt hat, werden wir nach draußen gehen und den Eingang verbarrikadieren. Die Kämpfe draußen haben etwas nachgelassen und wir haben den Eingang zum Kitty Kingdom verbarrikadiert. Als wir fast fertig waren, zog im Osten auf einmal ein seltsamer Sturm auf. Wir hatten kaum Zeit, die Barrikade fertigzustellen und als der Sturm uns traf, tat er das mit aller Härte. Ich habe schon viele Stürme erlebt, aber dieser hier war anders. Fast wie ein Tornado mit grünen Blitzen, die über den Himmel zuckten. Die meisten von uns konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, aber ein paar wurden vom Sturm erfasst und fortgerissen. Wir saßen stundenlang fest, während der Sturm über unsere Köpfen wütete. Er muss den Fallout aus Boston mit sich getragen haben, denn wir sind seit Wochen krank und ein paar von uns sind bereits gestorben. Und diejenigen von uns, die noch nicht tot sind, verändern sich. In den Videos war davon nie die Rede. Ja, hat wahrscheinlich auch keiner kommen sehen. Irgendeine Krankheit. Also hier kursiert eine mysteriöse Krankheit. Wir leben jetzt schon seit über 100 Jahren hier unten. Das sollte eigentlich denen auch schon auffallen, dass das eigentlich nicht normal ist. Die Veränderungen haben uns alle betroffen. Unsere Körper scheinen sich an die Strahlung angepasst zu haben. Unsere Gliedmaßen sind verdreht und deformiert, aber wir fühlen uns nicht mehr krank. Leider scheint die Veränderungen auf manche von uns mehr Einfluss zu haben als auf andere. Zuerst war es Mitchell, dann Herman. Sie hörten auf zu reden und laufen nur noch grunzend durch die Gegend. Wenn wir versuchen sie zurückzuhalten, werden sie aggressiv. Wir haben schon alles versucht. Wir haben mit ihnen geredet, ihnen Medikamente gegeben. Alle möglichen Mittel gegen Erkältung und andere Krankheiten. Aber was auch immer es ist, wir können scheinbar nichts dagegen tun. Rachel ist überzeugt, dass es sich um eine Krankheit handelt. Und darum nennen wir es einfach Krankheit. Ich bete, dass wir eine Lösung finden, bevor es uns alle erwischt. Na toll, jetzt weiß ich, was es ist. Das ist einfach bloß das Endstadium der Gulifizierung. Die sind einfach wilde Gule geworden im Grunde. Das ist mit denen passiert und die glauben wirklich, dass es heilbar ist. Ganz im Ernst, ich würde es ihnen wünschen, dass es heilbar wäre, aber... Ich glaube nicht, dass es heilbar ist. Sonst hätte das nämlich schon längst jemand geschafft. So, ich schaue mich hier gerade eben nochmal um. Da kamen wir ja rein, da hinten. Hier waren wir noch nicht. Gott, sind das riesige Tunnel. Okay, das ist jetzt verschüttet. Kann ich da... Den hat es irgendwie zerlegt. Okay. Den hat es aus anderen Gründen zerlegt, möchte ich mal behaupten. Tututututututututututututututututututututututut... Wetfloor, das glaube ich sofort. Ah, okay. Kleiner Rundgang. Ein sehr kleiner Rundgang. Noch mehr Superkleber. Irgendwie Technik döns. Also Benzin haben die hier gehabt Wegfahren hätten sie können, wenn sie es gewollt hätten Melonenpflanzen Die haben hier ernsthaft noch angebaut Aber das nenne ich mal verstaubt Ja Die haben hier echt noch irgendwas angebaut Aber ohne Licht Das wäre noch naiver zu glauben Dass das funktionierter als alles andere Ist das hier Wasser? Ja Das ist Wasser Ein leicht überfluteter Tunnel Ich muss gerade eben ehrlich gesagt gestehen Dass ich ein bisschen irritiert darüber bin Wie das hier aufgebaut ist Wo komme ich raus, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ah, da brauche ich den Schlüssel dafür Da brauche ich einen Schlüssel dafür Das ist spannend Gucken wir mal nach draußen Und Ladebildschirm halt, ne? So, wo bin ich jetzt hier? Ich bin offensichtlich... Oh nein! Du hast meine Verteidigungsanlagen abgeschaltet Oh Naja Dann muss ich sie wohl wieder einschalten Tja, ich glaube Das ist der dezente Hinweis darauf Dass der Typ dann irgendwo hier sein wird Warte mal Ich kann allerdings mal ganz kurz gucken Hier ist Employees Only Kings Castle Findet die Verste... Tja, das muss irgendwo... Also ganz im Ernst Das muss irgendwo hier unten sein Also wenn das Spiel mich da schon wieder reinführt Die Abfüllanlage Das heißt, der Corki muss eigentlich fast da unten sein Also es ist im Grunde gar nicht möglich Dann für die Zuschauer... Äh, für die Gäste hier Die alle Corkis zu finden, ne? Also er will jetzt die Dinger wieder einschalten Wenn ich das richtig verstanden habe Das heißt aber, dass er dann irgendwo hier sein müsste Ich würde ja auch mit ihm reden, ne? Aber er will ja nicht Ich bin mir auch nicht ganz sicher Ob ich schon alles gefunden habe hier Aber ich glaube nicht, dass der da jetzt gleich wieder ist, ne? Wäre zu leicht Nö Ich glaube auch nicht, dass er die Dinger jetzt wieder eingeschaltet hat Das war jetzt glaube ich einfach nur so Haha, ich kann das... Ich könnte das oder ich kann das jederzeit Sobald ich Bock dazu habe Ich sage dazu nur Ja, dann mach doch Schalt doch ein Ja, da geht es wieder raus Wo komme ich jetzt hin? Also immerhin habe ich jetzt den kompletten Zugang zu diesen Wartungstunneln Und ich habe zufällig diesen einen Deck gehabt Durch den ich da durch kann Das war schön Lack Muss ich schon sagen Ach ja Lade Bildschirm, ne? Und wo ist es jetzt? Wie gesagt Hier gibt es eine Menge Strahlung Wir sollten von hier verschwinden Hat das ernsthaft wieder eingeschaltet? Ne, kann nicht sein Jetzt mach ich den hier weg Also hier war ich auf jeden Fall noch nicht Das kann ich jetzt schon mal sicher sagen Sonst wären die nämlich nicht hier Wow Mir kommt das hier auch momentan nicht wirklich bekannt vor Ich hau den mal weg Das Schöne ist, wenn sie mich nicht bemerkt haben Sind sie auf jeden Fall ganz schnell tot So Was ist das? Keine Ahnung Die Strahlung hier ist momentan auch nicht wirklich übertrieben Das ist sehr, sehr angenehm Plastikgörbel Jetzt sind wir auf der Karte gucken Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier oben Da war ich wirklich noch nicht Also dieses Kitty Kingdom Könnt ihr uns noch ein bisschen beschäftigen Es ist nicht besonders groß Aber so super verschachtelt Aus diesem Grund wird das gar nicht so einfach werden hier Die Strahlung hier ist auf jeden Fall noch da Komm ich da irgendwie hoch und hinten rein Wahnsinn Wo gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin Also man kann da sogar ganz regulär hoch Weil deswegen haben die hier was hingelegt Finde ich lustig Ich dachte ich durfte jetzt hier rumglitschen Fun House Heißt das jetzt hier einfach mal so Es heißt Fun House Bin mal gespannt ob es auch Fun sein wird You must be at least this tall to right Okay Ich hab noch Ich glaub ich kein einziges Ach come on Da ist Nick Der versteckt sich da Das Fun House Also ich soll auch in dieses Fun House rein Dann gehen wir doch mal in das Fun House rein Ich bin da völlig weltoffen Ich akzeptiere jegliche Tür Solange sie mich durchlässt Und mir nicht auf den Keks geht Oh my goodness Hallo Hallo Komm Nick Steh mal auf Ich bekomme gerade eine Rückenmassage Die ich nicht bestellt habe Hey Boah Haben wir nicht ne Menge Spaß Der Typ nervt mich Und zwar nicht zu knapp Was ist denn das hier Ein komisches Teil Ein Kickball Aha Ich wollte schon Ei sagen Aber Kickball trifft es auch Zugekettet Na toll Warning Fun House May cause motion sickness Do not vomit in walkways Aha Als ob ich das steuern könnte Wo ich ihn kotze Wisst ihr Keine Sorge Die Spiegel sind zu dreckig Um irgendwas zu reflektieren In deinem Fall Ist das wohl ein Vorteil Aha Das sind aber auch Gar keine Spiegel mehr Ah Der hier ist kaputt Den mag ich nicht Deswegen mag ich ihn kaputt Also Schlechter hättet ihr den Laser Kaum setzen können Oder Wo gehst du denn hin Wenn du so weitermach Verhungerst du da drin Ach das Klebeband nehme ich auch noch an mich Da geht es zum Exit Aber ich will noch gar nicht zum Exit Ich möchte gucken Ich mach die einfach nur aus Ich hab keinen Bock auf den Scheiß Ah ein Raider Der kam weit Ah Da könnte ich jetzt raus Wenn ich raus wollte An jener Dieser Stelle Wo Was ist das Da ist wohl irgendwann mal was in Flammen aufgegangen Nö Hab ich nicht Hab ich nicht Lüg doch nicht Ich weiß beinahe wo ich bin Moment Ähm Oh Hat bis hier rüber gebrannt Nett Exit Okay also Exit Ist hier falsch angezeigt Definitiv Der hat die Spiegel geändert Ja komm Dann machen wir es ganz einfach Scheint ja dann doch so Wo gehst du denn hin Wenn du so weitermach Verhungerst du da drin Bin mal gespannt wo ich jetzt Ah Es geht also doch weiter Das ist gar nicht der Ausgang Echt jetzt So viel dazu Hat er sich gerade selbst getroffen Der Trottel Den Eindruck kann man echt gewinnen Ach Gott Es gibt's Oh Gott Jump'n'Run Einlage Ja das machen wir in der nächsten Folge Liebe Leute Macht's gut bis dahin Schöne Zeit Tschüss und adi